Ich kann gar nicht lenken. Was ist das denn? Ja, ich denke das ist nur eine Troll-Map, wegen der April-Scherze von April-Scherz. Ja, ich kann nicht diese Map ernsthaft nehmen. Und die IT-Map ist sehr einfach. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt ernsthaft nehmen kann. Ich hoffe, da kommt noch eine andere Map. Ich hoffe, da kommt noch eine andere Map heute. Eine Replacement dieser Map. Ja, das ist nicht ein schwieriger AT-Metal. Was ist AT-Metal? Let me check. AT-Metal ist 41.52? 41.52. 41.52. 42.52. Okay, da ist kein... Ich muss nichts erklären. Okay, so... Die Weltrekord-Line... ... ist... ... ähm... ... so... ... und er hat keine Puls. Like one straight line into the finish line. Also einfach nur... Ähm... Geradeaus runterfahren hat tatsächlich jemand gefunden, wie es geht. Mal gucken, ob ich auf ihn draufklicken kann. Ja. Es ist perfekt. Also besser geht's nicht. Ähm... Ja, was soll ich sagen zum Track? Ich weiß nicht, Leute. Ist das lustig? Vielleicht ist es lustig. Ja. Aber ich bin kein Fan davon. Super sorry. Ich hoffe, da kommt noch ein weiter Track. Also ich hoffe echt, dass da noch ein richtiger Track kommt. Alright. Ähm... Eine letzte Sache, vielleicht. Ich habe alle aus dem Club aufgenommen. 61 Leute haben gespielt. So far. Let's see. Also alle im Club... ... angemacht. Stocksenborns. Und es ist... Derpy Pirate... ...going in... ...last place. Alright. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin nicht überzeugt davon. Ich werde heute spielen. Aber ich werde heute spielen. Wenn es keinen anderen Track kommt, kommt aus. Wenn es keinen anderen Track kommt, kommt aus. Ich bin wahrscheinlich nicht. Das ist also nicht. Wenn es keinen anderen Track kommt, kommt aus. Also wenn es keinen anderen Track kommt, kommt aus. Ich werde mich fokussieren auf der Kampagne. Der erste Eindruck, ja, es ist keine Age-to-Mage-Scenary, oder es ist halt, es sieht halt immer, es hat das gleiche in grün. There's no Age-to-Mage-Scenary, guys. It looks the same as the other campaigns, unfortunately. So I'm not really convinced, but maybe we find another good track we can hunt. Alright, that's it.